Trotzdem traue ich hier keinem nichts. Ich traue einfach nichts. I hear you. Oh fuck. Natürlich. God damn it. Oh no. Ja fuck off. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Nichts, nichts. Ups. Ich schätze mal, das Alien wird da auch nicht so begeistert von sein. Ne, da geht nichts. Vom Feuer? Wahrscheinlich nicht. Okay, es ist anscheinend auch auf der anderen Seite. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wie kommen wir da hin? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Wahrscheinlich durch irgendeinen Schacht. Ja, der Durchrennen können wir auf keinem voll. Das klang verdammt nah. Oh ja. There you are. Geh weg. Gott verdammt, geh weg. Oh, tschüss. Jetzt bleibt das da auch noch stehen. What? Ja, was machen wir hier? Scheiße. Jetzt hört man natürlich auch nicht wirklich was, ja? Was machen wir da nun? Gibt's denn hier eine Alternativroute oder sowas? Wahrscheinlich nicht. Bei meinem Glück. Okay, nichts zu sehen. Wow. Okay, da. Dann gehen wir hier rein. Yeah, ja. Was haben wir denn da? Ein Sensor. Ich glaube, wir können ein bisschen was bauen. Medikit vor allem, wenn's möglich ist. Zack, zack, zack. Bam. Great. Oh, Medikit. Nee, geht nicht mehr. Gut. Dann. Geräuschmacher. Blendgranaten. Können wir auch ein paar bauen. Mehr Blocks. Yay. Ah, geht nicht. Schade. Jetzt kann man auf jeden Fall den Sensor hier mitnehmen. So. Nichtsdestotrotz habe ich hier gerade nicht wirklich Spaß. Okay, irgendwas bewegt, aber wer weiß schon, wo das ist. Gut, ich weiß, wo es ist. Direkt hinter mir. Fucking. Sei ruhig. Sei ruhig. Goddammit. Wir müssen uns irgendwo verstecken. Möglichst jetzt. Security Desk. Ah, wir sind auf der anderen Seite. Ja, awesome. Können wir uns verschließen? Nein. Oh, fuck. Äh, ja. Erstmal hier, ne? Okay. Soweit, so gut. Gefahr sind in der Nähe. Hier ist die ganze Zeit Gefahr in der Nähe. Aber schön, dass der Speicherpunkt mir das sagt. Colonial Marshall Richtlinie. Ich hör's. Dr. Mowley, es interessiert mich nicht, was Sie meinen, unternehmen zu müssen. Verschwinden Sie sofort aus St. Christopher, sofort. Sie wissen, was wir da drinnen aufgebaut haben und es tut mir wirklich leid, was das für die unverlegbaren Patienten dort bedeutet. Aber es geht nicht anders. Das ist die letzte Verwarnung. Mowley, Sie müssen aus der Krankenstation raus. Mowley, Sie müssen aus der Krankenstation raus. Wir haben Lager im Habitat-Turm aufgeschlagen. Die Menschen kämpfen um Vorräte. Es kommen mehr Verletzte zu uns, als dass wir Medikamente haben, um sie zu versorgen. Und mein Team ist, um es milder auszudrücken, sehr erschöpft. Ich weiß nicht, wie Sie die Abriegelung aufheben wollen. Aber, falls Sie den Zugang zu St. Christobals Hauptstation brauchen, der Code lautet 2505. Great. 2505. So, Verriegelung. Die St. Christobal Krankenstation wurde bis auf Weiteres von den Colonial Marshals abgeriegelt. Sevastopuls Pflegeteam hat auf der Station verteilt Feldlazarette aufgebaut, um die derzeitige Krise zu bewältigen. Standorte folgen. Fehler. Fett. Audio. Alte Freunde und Zubehör. Notventil Abschaltung. Okay, ich hoffe, das Feuer ist damit jetzt weg. Ich glaub's zwar nicht. Of course. Nope. Minimale Erpressung, aber okay. Good. Yeah. Let's go. Haben Sie irgendwo schon was gehört? Da. Direkt da. Die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Hm. I don't know. Das Feuer wäre auf jeden Fall schon mal aus. Medikit? Nope. Shit. Shit. Es ist sehr nah. Okay. I'll have to hide. Ja, toll. Jetzt bist du weg, ne? Oh, nee. Okay. Komm raus da. Okay. Okay. Okay, da bist du. Alles klar. Halt's Maul. Halt's Maul. Das war jetzt aber schlecht, ja? Ernsthaft. Nope. Medikit, keine Chance. Aber vielleicht noch eine Plantgranate? Nö. IMP-Mine. Nee, dazu braucht man zu viel Bindemittel. Molotow-Cocktail. Der braucht kein Bindemittel, aber ich kann ihn trotzdem nicht bauen. Die Rohrbombe schon mal gar nicht. Okay. Gut. Elektroschocker. Revolver. Ich weiß nicht. Ich glaube, gegen das Alien ist der Elektroschocker sogar noch effizienter. Okay. Gut, das war echt die beste Wahl, hier reinzugehen. Schlüsselkarte benötigt. Hm. Ah, ja, klar. Never. Finden Sie die Schlüsselkarte. Wo könnte die sein? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Auf jeden Fall gehe ich nicht an diesen Luftschacht. Nee, komm, ich gehe lieber hier lang. Ja, super. I don't see shit. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Fuck. Nee, keine Chance. Okay. Die Keykarte. Ist die irgendwo eingezeichnet? Nee. Die Keykarte. Ah, nein. Security Desk, es muss hier irgendwo sein. Die Keykarte eigentlich... Oh Gott, dieses Alien. Okay, wir müssen irgendwo diesen Code eingeben. Klar, aber wo? Äh... 25... 25 05 25 05 Was muss ich da hören? 25 05 Okay Mir geht's gut, alles schön Okay, ich laufe im Kreis Sweet 25 05 My ass There it is Was will er, wo ich hingehe? Verdammt Da ist die Schlüsselkarte im Sicherheitsspind hinterlegt Okay Wo ist der Sicherheitsspind? Fuck it Der muss doch hier irgendwo sein Übergangspatienten müssen ihre Crewnummer und Endungszulassung angeben Ist er da hinten? Ist er da hinten? Naja, ne, ist Personal Storage, da ist er doch 25 05 Meine Güte Ich glotze auf Zum Kotzen mit mir All right Take that shit Come on Take that shit Something else Bin schon unterwegs Ja Bin schon unterwegs Wenn das Alien mich lässt Irgendwie Graut's mir schon ein bisschen davor Okay Okay Jetzt sind wir hier What to do right now La 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 Oh god, come Geh weg Ah, da ist es Da ist es Da läuft's rum Da draußen Ich seh's In dieser Anlage sind Sie Tiefenkrankenpfleger tätig Falls Sie lieber von einem Menschen versorgt werden wollen Melden Sie dies bitte Geh weg What? Okay Okay That was not awesome Guess who's coming back Elis? You serious Nee Ist er nicht Okay Du scheiß Jäger Alter Alter God damn it Da lebt noch jemand Wo bist du? Ich schleich mal lieber da rum Ich muss da rein Ist klar Aber Fuck it Fuck it Warum? Warum? Warum tust du das? Mit der Musik Zukunftslaguna hier Once again Ähm Ich fühle mich doch schon wieder Komplett beobachtet hier Na gut Wir schleichen auf jeden Fall hier rum Das macht durchaus Sinn Okay Was zur Hölle Was zur Hölle Shit Okay Okay Es ist weg Ich muss da durch Oh Gott Nee Was? Alter Bist du bescheuert You're dead I'll stay here Geh weg Oh Gott ey Das Vieh macht mich wahnsinnig Geh weg Wir müssen da lang Holy shit Ist das das Alien Ist die Frage Hört sich so an You don't see me Geh weg Geh weg Geh weg Okay Den Typ hat's gekillt Die Frage ist wo kam Hinter mir Hinter mir Okay so schnell wie es unterwegs ist Vermute ich Es ist in einem Luftschacht Ich höre was Ich höre was Da Ich hab' weggebegebt Die Frage ist ja Ich hab' weggebegebt Ich hab' weggebegebt